Mit unserem neuen Kundenportal möchten wir unseren Kunden eine möglichst einfache und angenehme Zusammenarbeit ermöglichen. Wir verfolgen dabei einen hybriden Ansatz. Einerseits bieten wir auf dem Portal eine permanente Verfügbarkeit von aktuellen Daten. Andererseits stehen unsere Experten selbstverständlich weiterhin für individuelle Beratung zur Verfügung. Design umfasst dabei viel mehr als nur die visuelle Darstellung eines Objekts. Es geht um das Ganze, was auf allen Ebenen hervorsticht. Schlussendlich geht es auch darum, ordentlich Komplexität zu bringen. Und das haben wir mit dem FUNK-Kunderportal recht gut erreicht. Das Portal ist hinsichtlich Aufbau, Struktur und Navigation benutzerfreundlich und intuitiv zu bedienen. Und das Design ist modern und klar. Anmeldung am Portal erfolgt über eine einfache und sichere Zweifaktor-Authentifizierung per Duomobile-App. Das Portal-Design ist optimiert für alle elektronischen Geräte wie Tablets, Mobile Phones und Desktop-Computers. Der Content passt sich jederzeit der Displaygrösse des Geräts an. Die Dashboards geben einen Überblick, welche Schadenfälle noch offen sind, ob es neue Dokumente gibt oder welche die Endleistungen noch pendent sind. Alle relevanten Informationen sind mit wenigen Klicks erreichbar. Daten lassen sich verschieben, sortieren oder filteren. Zusätzlich können die Analyse mit nur einem Ausklick downgeloadet werden. Vertrauliche Informationen können über einen verschlüsselten Nachrichtenkanal gesendet und auch empfangen werden. Der unsichere Weg über das E-Mail fällt weg. Als Risikomanagementberater und führenden Broker für Cyberversicherungen wollen wir natürlich auch auf unserem Portal höchste Sicherheit für unsere Kunden anbieten. Wichtig ist auch der Standort für unseren Server. Speziell nach verschiedenen Datenzwischenfällen im Ausland ist der Serverstandort in der Schweiz ein Muss. Mit dem E-Privacy-Label haben wir ein international anerkannte Attest, welches unser Portal ein höheres Mass an IT-Sicherheit bestätigt. So erfüllen wir auch die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung. Wir sind mit dem E-Privacy-Attest nicht nur der erste Broker in der Schweiz, sondern auch das erste Schweizer Kundenportal überhaupt mit dieser Qualitätsauszeichnung. In einem evolutiven Prozess bauen wir das Portal zusammen mit unseren Kunden weiter aus. Die vielen positiven Rückmeldungen von Kunden bestätigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unsere Ideen-Pipeline ist prall gefüllt. Eine spannende Zeit steht uns bevor.